ja und herzlich willkommen zurück zu radio not wir sind wieder hier ganz kurz jeffrey bomben heißt es eigentlich wie viele 11 minuten hat man shit dann gibt es oft nicht doch immer bomben was ziemlich doof ist polize get down down on the ground move hands on your head do it now gold we don't miss any classrooms diamanten form bitte stay on me diamond hands up hands up down on your knees let me see those hands strainer put your hands up get down i want to see it on the ground hands on your head now police down in the ground now move over the rest of your fucking hands up was it in there's an coming point hands up do it now down on your knees now go out of here he hit provide support on me get down next thing you down on your knees hands up above your head Keine Bombe. Alter. Draußen ist eher unwahrscheinlich, dass es eine Bombe ist. Hier drin habe ich nichts gehört. Es ist echt weird, dass hier Bomben sind. Keine Bombe. Polizisten, Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. L.S.P.D. nicht mehr. Keine Bombe. Geben. Ich muss hier stehen. Entstanden? Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Keine Bombe. Ich höre was piepen. Vorne ist eine Bombe. Das sind 4 Minuten bisher. Ich weiss nicht wie viele Bomben es hier gibt. Und es braucht so lange. Oh shit! Sind die Bombe drin? Nein. Ich höre eine Bombe! Ich höre eine Bombe! Ich höre eine Bombe! Hoffentlich sind es bloß 2 Bomben, sonst haben wir ein Problem. Leute! Okay, das hätten wir. Wollen wir hier schon, weil die ist schon gefesselt. Wo sind die alle? Ich höre das! Blöde. Dynamische Bewegung, flach und flach. Reden Team. Sie hat Unterstützung. An dem Platz! Hände hoch! Bleiben! Ich will Hände sehen! Hände hoch! Hände hoch! Okay, bloß um sich zu gehen. Das haben wir, okay. Also können wir ein bisschen langsamer vorgehen. Hände hoch! Jetzt! Wir werden sie bereit. Ist hier jemand drin? Los, fesseln! Ganz worry, wir werden mit dem LSPD. Hier ist sonst nix, ne? Alle antreten. Okay, wenigstens sind es bloß zwei Bomben, aber wir haben, glaube ich, noch mindestens einen Schützen. Hier waren wir auch schon. Okay, das war dein Schützchen. Sonst haben wir, glaube ich, noch keinen Schützen. Shit, shit, shit. Okay, bloß nichts Spannendes. Raus, 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 raus. Raus. Vorstattung. Halt auf deinem Kopf, mach das jetzt! Halt deine Hände! Halt deine Hände! Halt deine Hände! Halt deine Hände! Bleu Team. Open, bang and clear. Post up and cover. Halt deine Hände! Get down, I wanna see hands! Get on the ground now! Hands on your head now! Police, down on the ground! Secure them! Get on the ground now! Put your fucking hands up! Hands up, do it now! Down on your knees! Hey, stay calm, I'm not gonna hurt you! Civilians, ready to go. Element to talk! Civilians, scared. Provide support on me! On me! You got point. Over there! Movie. Cover my movement. Still good here? I'm with you. Police, get down! Get down on your knees! Hands up! Open, clear with flashbangs. Hands up above your head! Get down! Hands up! Get down! Get down! Hands up! Get down now! Keep your hands up! Element to talk! Police, hands up! Hands up! Do it now! Move there! Get down! Restrain him! Get down! Get down! Get down! Die draußen haben die glaube ich auch gerade jemanden! Provide support! I got you! What the fuck? Where kommt ihr denn? The blue team! I'll get them ready! Provide cover! äh stay down and turn around ha hands up now get down and keep your hands up LSPD hopp 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 äh hat die amacke kauft get down on your knees Sivillian ready to go need to talk talk to entry team Kemlite roger keep going bring sie Ordnung Ordnung ins Chaos ist noch nicht äh fertig stay on me hands up now drop to your knees hands on your head hands on your head move put your hands up hands up above your head police get your hands up police get down down on the ground move blue there getting out now maintain cover covering provide support hands up do it now put your hands up hands up down on your knees down on your goddamn knees now enter and clear move into place let me see those hands put your hands up okay das ist wenigstens safe bisher get down i wanna see hands get on the ground now hands on your head now okay dann kommt mit clear the room move in and clear element post up and provide cover move and clear move it open it on the left police down on the ground looks clear over here boss move in clear it got it so der rausgehen get on the ground now muss man schauen was blau macht dammit locked shoot the lock then clear 10-4 fall in on you put your fucking hands up good here okay ist gut safe draußen ist noch nicht safe stay on me on me behind you immer noch ein schütze schütze fallen wo irgendwo rechts hands up do it now down on your knees hier waren wir schon schütze 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 ich hab's doch gerade gesagt recht fall doch schütze ich dachte nicht der wär so nah da alte es war doch eins Aspekt shit fuck ey das ist mega schwierig mit KI wieder nicht geschafft wieder nicht geschafft dro dro ich freue mich schon auf die auf die auf die Schreckgesichter da einmal als die Bombe los ging und einmal als der Typ jetzt hier kam Junge Junge wir hätten es eigentlich nachher ein bisschen besser angehen können wenn die beiden Bomben entschärft sind weil dann haben wir ja eigentlich Zeit dann müssen wir nicht mehr so stürmen allerdings wenn noch mehr Suspekte da sind sterben halt noch mehr Leute weil die schiessen naja eigentlich läuft's gut mit dieser Gruppe mit diesem ähm Loadout Schlossflind gefällt mir irgendwie ähm ja ich würd sagen wir sind es beim nächsten Mal wieder wenn wir noch einen dritten Versuch wagen Junge Junge das ist eine harte Map ein harter Callout vor allem eben mit KI Leuten also mit KI Teammitgliedern und man alles selber sagen muss also was wie wohin das ist echt doof und echt schwierig manchmal ja gut vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Radio Not und bis zum nächsten Mal Tschüss Junge Junge No Somebody Please help Get back we can still make it out of this Drop the gun to let her go I'm not going in I'm not going in und probably in das es wird sie